Darf Early Boy das Redstone haben oder muss Zander es wegschmeißen? I don't think so. Ja, muss wegschmeißen, Zander. Okay. Pass auf. Nein! Nein! Hast du jetzt eins? Nein, Mann, ich hab die alle weggeworfen. Hallöchen, Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassicraft. Ähm, natürlich wieder mit dem Riol und mit dem Early Boy. Hallo! Und ich muss jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, genau in diesem Moment, wo wir jetzt gerade hier aufnehmen, warten ein paar hundert Zuschauer auf meinem Twitch-Account und warten darauf, dass ich einen Livestream starte. Das finde ich gerade ganz lustig. Also die Leute, die gerade das Video sehen und sich an gestern erinnern können, ja, genau, das habe ich gerade zu dem Zeitpunkt gemacht. Nein! Genau, weil ich habe nämlich einfach mal unter dem letzten Video vergessen, was rauszunehmen und wollte eigentlich gar keinen Livestream mehr machen, aber irgendwie, ja, mache ich halt so blöd. Sag mal ohne Scheiß, das vergisst du irgendwie immer, oder? Ne, nicht immer, das vergesse ich halt öfter mal. Wenn ich halt gerade so busy bin, dass ich halt alles so irgendwie ganz schnell noch machen muss und dann habe ich das ganz schnell copy-paste und ja, fertig aus. Because Sander is a real busy man. Jo, genau. Also heute wirklich. Weil ich so eine behinderte Scheiß-Präsentation für die Schule fertig machen musste. Ich könnte kotzen. Soll ich mir einfach was erzählen? Und zwar habe ich gestern meinen PC neu aufgesetzt und damit habe ich auch noch was anderes aufgesetzt. Und zwar, darf ich euch vorstellen... Eine Nudelsuppe. Ja, aber, aber der produktive Riol. Es wird wahr. Ja, nein, jetzt kein Scheiß. Also, ich habe da Kohle abgebaut. Riol. Ja. Dann habe ich nämlich das Ready-Mass-Präsentation. Äh, Early Boy, Entschuldigung. Early Boy, es wird Zeit, dass wir jetzt unsere Beine nehmen und so schnell wie möglich hier wegrennen. Ich kriege nämlich Angst. Von mir? Was heißt Lapis-Balui? Kennt ihr nicht Lapis-Balui? Ne. Ne, okay. Kennt ihr nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Lauf mal bitte nicht zu weit weg. Sander, jetzt lass mal nicht Rollen tauschen, ne? Ich bin gerade am überlegen, was ich machen kann. Ich glaube, aber warte mal, ich glaube, ich fange erst mal an, ein bisschen Holz zu farmen. Er soll wieder ein bisschen hier aufbauen. Da kann ich nämlich den Tunnel noch fertig bauen. Sollten wir nicht eigentlich nur irgendwie eine Plantage anlegen oder so? Wofür denn? So wie Plantage, für Riol. Ne, damit habe ich nichts mehr zu tun, seitdem ich meine Beine. Ja, 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 ja. Das sind nur noch, das ist nur Dekoration auf meinem Kopf. Sagt mal, haben wir keinen Redstone? Wir werden doch Redstone haben. Nicht. Hatten wir nicht irgendwie voll Fields und Zestex oder so? Da ist einfach ein Hühnchen gestorben im Wasser. Hä, was? Das ist doch so. Junge, das ist gar kein Hühnchen. Was ist das denn? Nein, das ist ein Bär. Junge, das ist ein Nautilus. Das ist so eine Schnecke, Alter. Hä? Boom. Ha, ich tötet die Schnecke. Na, Schnecke? Wie ihr sich freut. Junge, wir haben keinen Redstone mehr. Jo. Ja, ehrlich mal, ich habe dir letztens schon gesagt, du sollst nicht mal Redstone essen. Ey, Sander. Ne, warum? Was? Hier sind voll die geilen Schnecken im Wasser. Boah, Junge, was ist los mit dir? Pull die geilen Schnecken, schwööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh yeah, gib mir deine Muscheln. Ich hab schon zwei Muscheln, Alter. Aber wo machst du das jetzt hin? Ich brauch Redstone. Nein, nein, nein. Nee. Gib dein Eisen. Ich suche, ich bin jetzt... Nenn mich Riol, den Schneckensammler. So, ich geh jetzt... Rot, blau, orange, grün. Ganz kurz Kühe paaren. Ach, ich hab gar keinen... Alter, warum wachsen die Kühe eigentlich so mega slow? Ja, warum wachsen eigentlich so langsam? Soll ich? Da sollte man mal ein bisschen Dünger drüber klatschen. Dann machst du die vielleicht schneller. Ja, das wäre jetzt mal richtig geil. Einfach so ein bisschen Dünger über die Kühe schmeißen. Kannst du sie ja mit Natur-Dünger von dir ausprobieren. Warte, leise. So, komm her, du Behinderte. Jawohl, geil. Genau in dem Moment, wo ich die eine gefüttert hab, ist die andere groß geworden. Ja, geil. Da hat sich das mit dem Dünger echt gelohnt, ne? Ja, ist so, Riol. Das ist geil. So, und jetzt haben wir mehr Kühe. Das ist sehr gut. So, und die ganzen Schafe... Was wollen wir eigentlich mit so vielen Schafen? Das hat keiner von euch Redstone, richtig? Ich hab 22. Was wollen wir mit so vielen Schafen? Wirklich jetzt? Ja, ich hab 22 Redstone. Und Scheiß jetzt? Ja, kein Scheiß, ihr Lieber. Gib mal bitte her. Ich bin extrem weit weg. Man muss erst mal darauf klarkommen, dass man Riol jetzt vertrauen kann. Wo bist du denn? Weit weg. Boah, noch eine Schnecke gefunden. Alter, wo bist du jetzt? Komm, ey, ey, ich will dir was zeigen. Wo bist du weit weg, Spacko, Alter? Ohne Scheiß, ich bin wirklich weit weg. Ja, wo bist du denn? Wenn Riol produktiv ist, ist er halt weg. Wo bist du denn hin? Übelst weit weg. Also nach, ich glaub, Norden oder so. Ja, was bringt Earlyboy denn dann dein... Ich hab doch gesagt, dass ich Redstone habe. Ja, wo bist du denn ungefähr? Durch den Jungle durch? Jam. Ich bin bei X550, Y60 und Z390. Okay, ich geh in die Höhle fahren. Ja. Warte, ich komm mit, Earlyboy. Lass da zu zweit reingehen, das ist besser. Ich brauch nur Redstone. Oh, Scheiß. Wo bist du denn? Ich sammle Schnecken. Ich bin jetzt hier bei unserem Haus wieder. Da unten geht's ja runter. Da haben wir irgendwo sicherlich Redstone direkt. Wo? Es sind so viele Schnecken, ne? Jetzt bei unserem Haus, wo die Höhle runtergeht. Ja, ich bin unten in dem Loch schon drin. Ach, da bist du. Hallo? Oh, ich hab mir Bein gebraucht. Ja. Ist so, dein Loch ist viel zu tief. Da müssen wir noch irgendwas machen. Ey, Alter, was ist das denn? Na, das Loch ist echt zu tief. Da müssen wir was machen. Oh, Alter. Leute. Ihr glaubt es mir nicht. Was denn? Ihr glaubt es mir nicht. Ich habe die magische Miesmuschel bekommen. Ach. Okay, scheiße. Zweite Malgedanke. Ich schwöre es euch. Das glaubt ihr mir nicht. Boah, halt doch mal deine Fresse. Was hast du denn gekriegt jetzt? Die magische Miesmuschel, Alter. Frag mal was. Ja, ist Riol behindert? Oh, das hat man nicht gehört, Mann. Frag nochmal. Ist Riol behindert? Yes. Oh, fuck you, Alter. Voll auf den Sack gekriegt. Ja, wie? Hast du die jetzt ingame, oder was? Ja. Das Ding heißt Magic Miesmuschel, Alter. Werd einfach mal gerade ins Team angeschrieben. Ist Early Boy behindert? Try us to get. Ist Early Boy behindert? Nothing. Nothing. Alter, lernt erstmal Englisch, okay? Und was hat sie gesagt? Nothing. Sie sagt einfach nothing. Äh, Zander, wo bist du denn? Oder hast du schon einen Redstone? Ist Early Boy behindert? Nothing. Jo, macht Sinn. Jo, es gibt wirklich eine magische Miesmuschel. Magic Conch. Ja, die hab ich. Die hatten wir doch schon mal am Anfang. Jo. Ach, stimmt. Ey, wenn ich damit Rechtschick mache, macht die Plesiosaurus Stay. Damit kann ich die anflöten, die den Saurier. Sander, wo bist du? Ich hab keine Spitzhacke mehr. Was könntest du denn nicht? Komm mit hier, hier hinten geht's in die Hühle. Was denn? Ja, hier, ich brauch einen Redstone. Ich brauch nur einen scheiß Redstone. Hier hinten ist ja die Höhle. Ja, ehrlich, was willst du jetzt von mir? Soll Early Boy sein Redstone bekommen? Ja, ich hab keine Spitzhacke mehr. Nein. Ja, lol. Und jetzt soll ich dir das abbauen, oder was? Achso, nee, hier ist ein Crafting Table. Ist Eisen. Ja, Eisen haben wir genau. Das ist das Land der Produktivität, wo ich bin. Oh, ich hab nur noch drei Eisen. Okay, ich hab eine Spitzhacke. Haben wir genug Eisen? Okay, haben wir. Oh, wie er sich jetzt freut. So ein Kacksparten, ne? Bin ich ein Kacksparten? Endlich krieg ich alle... Nein, ich frag nicht nochmal, du Opfer. Hör zu, oder nicht? Opfer, Alter. Du, es können gehen. Warum spricht ihr auf Englisch mit mir? Das ist ein englisches Modpack, ne? Na, liegt daran. Boah, Alter. Ich hab übrigens Redstone gefunden, ne? Ach, geil. Hoja. Darf Early Boy das Redstone haben, oder muss Zander es wegschmeißen? I don't think so. Ja, muss wegschmeißen, Zander. Okay. Pass auf. Nein, nein! Hast du jetzt eins? Nein, Mann, ich hab die alle weggeworfen. Alter, du Idiot, Mann! Ich bin so gut wie fertig, Mann! Ich hab einfach grad 14 Redstone vor sein Auge Lava geworfen, Alter. Quatsch! Ich kann mir so lange geradeaus ein Schmerz umfinden. Gut, dass du auf die hörst. Richtig witzig. Ja, ohne Scheiß. Wenn man sowas hat, dann muss man ja wohl auch drauf hören. Ja, ich bin jetzt so lange unproduktiv, bis ich Redstone hab. Hat Early Boy das Recht, unproduktiv zu sein? Ja. Nothing. Nothing. Das ist ja noch falsch. Nothing. Musst du das wegschmeißen, Early Boy? Ich hab... Wieder noch? Ja, Early Boy, hier ist gerade die Redstone. Komm mit! Ja, ich hab... Hier ist Redstone! Ja, fick dich, jetzt komm mit hier. Komm wieder nach oben. Ich wollte dich gerade in die Lava schubsen. Das wäre witzig gewesen. Jetzt komm nach oben! Ich will dir das zeigen, was ich jetzt gebaut werde. Okay. Was ich jetzt gebaut werde. Das ist so ein Fluch, ne? Ist Jule produktiv? Seid ihr beiden unproduktiv? Ja, warum? Ich bin ja nicht unproduktiv. Ja, hast du ja gerade nur 14 Redstone weggeschmissen. Ja! Das war ja jetzt nicht so schlimm. Ja, doch. Du solltest erst mal zieligisch zu machen. Ich werde gehen, oder? Soll Zander jetzt den Liegestützchen in der Facecam machen? Ich hab ein Redstone im Inventar die ganze Zeit, Leute. Oh, Zander, hast du gehört? Ernsthaft? Ich hab die ganze Redstone im Inventar im... Komm erst mal klar auf dein Leben, Alter. Ey, Zander, hast du gerade gehört, was die magische Miesmuschel gesagt hat? Nein. Ah, fuck! Du sollst jetzt dich auf den Boden legen und Liegestütze machen. Nein. Nein? Ey, was ist denn ein Magic Wand? Oder ein Magic Wand? Magic Wand. Das ist ein Zauerstab. Ach klar, aber... Ich hab nun so einen Minenschacht gefunden. Wahnsinn. Wer produktiv ist, wer... Oh, hier. Oh, yeah. Das war da? Nee, das war da. Das war hier. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Da kommt das hin. Da kommt das hin. So schnell werdet ihr mich nicht wiedersehen. Jetzt hab ich den Stein in die Künste getan! Ah! Was ist denn mit dem Jungfalt, Alter? Ja, dann machst du wieder aus. Boah, ich bin gerade mal am gucken, was man noch so alles bauen kann. Uh! Oh! Oh, ne Firebox. Hey, die ganze Sache kann man eigentlich bauen. Das ist doch nicht euer Ernst! Das ist doch nicht euer Ernst! Doch. Oh, nein. Nein, bitte nicht, bitte. Ich bitte euch. Bitte, 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 bitte nicht. Nein. Scheiße, nein. Nein. Hier sind einfach drei Milliarden zum Geld. Sander? Ja? Boah, Wahnsinn. Ich dachte, der ist groß. Ich dachte, der ist größer. Wahnsinn, Early Boy. Du bist echt so, wow, krass. Was hat er getan? Gib mal meinen Weihnachtsbaum wieder. Gib mal her. Mach keine Scheiße damit. Nein. Ich speise sie jetzt in Lava. Willst du sterben? Nein, Mann, war doch nur Spaß. So, was hat er gemacht? Er hat einen Weihnachtsbaum gebaut. In unserem Haus. Es ist doch gar nicht Weihnachten. Hier drin. Da hast du auch schon. Oh! Oh! Oh, ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Oh, ho, ho. Weißt du, wenn der Weihnachtsbaum ein bisschen größer wäre, dann wäre das wenigstens noch schön, aber das... Ja. Early Boy, wieder geizig. Ja, weiß ich ja nicht, dass das Scheißding so klein ist. Ich bin ein Nordmantan und nicht so ein Plastikbusch, Alter. Die kleinen Geschenke wieder, das ist wieder typisch Early Boy. Geh kacken. Hast du mich gerade geschlagen? Nein, Mann. Alter. Ihr glaubt es nicht. Ich bin so produktiv. Was? Oh, Early Boy. Oh, Early Boy. Oh, Lee Boy. Alter, du Wichskopf, Alter. Ich, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Was soll die? Was soll die Scheiße? Ne. Ne. Ah, fuck. Wer geht's da? So, und ich werde jetzt noch den Rest der Folge produktiv sein, auch wenn es nur noch knapp drei Minuten sind. Ich bin gerade echt am überlegen, was ich noch alles machen kann, bevor ich anfange, den Tunnel auszubauen. Kacke. Aber ich brauche eigentlich für den Tunnel, brauche ich echt noch so viele Sachen eigentlich, Alter. Das ist unglaublich. Diesen Tunnel, den ich da hinten angefangen habe, diesen Durchgang. Hilfe, ich habe keine Spitzhacke mehr und bin mit dem Boden. Obwohl, Early Boy, du kannst, pass auf, Early Boy, komm mal bitte mit, ich brauche mal eben kurz deine Hilfe. Ja, nee, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier am Werk. Ach, fick dich doch, Early Boy. Ernsthaft. Das ist richtig so Beer-Grill-Triol, Riol-Grill, Alter. Early Boy, fick dich. Geh kacken. Soll Early Boy sich ficken? Ja, Early Boy soll sich ficken. Soll er sich jetzt ficken? No. No. Bitschen nicht rum, Alter. Soll er sich ficken? Wie, du, du, hä? Jetzt habe ich keine Eisen mehr, jetzt kann ich keinen neuen Hopper bauen. Tja, wir sollen uns alle nicht ficken, ist doch gut. Ach, bin ich denn behindert im Kopf? Magische Meatsmutschel funktioniert. Meatsmutschel? Die kann ich doch gar nicht hören. Doch, klar, die hört mich doch. Nein. Die hört dich auch, frag mal was. Verarscht, Riol mich? No. He's so close. Oh mein Gott. Werde ich Riol in dieser Folge noch umbringen? Maybe someday. Irgendwann vielleicht, aber nicht heute. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. It's cool. Okay, pass auf. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir in dieser Folge. Boop! Yes! Habt ihr es gehört? Ah, fuck. Selbst die magische Meatsmutschel hat gesagt, ich bin produktiv. Oh yeah. Pass auf, schaffen wir in dieser Folge mehr als 1000 Likes? Ja, jetzt werden wir rausfinden, ob die Meatsmutschel wirklich recht hat. Ist echt so, wir müssen das Gegenteil beweisen. Die Meatsmutschel hat aufrecht. Richtig liken. Richtig liken. Wir müssen auf 100.000 Likes kaufen. 120.000 Likes. Schaffen wir so viele Likes? Ich würde sagen, 20 Milliarden. Halt die Fresse! Die ist halt pessimistisch. Ist das so, voll behindert. Soll ich jetzt mal mit meinem Handy deinstallieren? I don't think so. What? Handy? Nein, die ist in-game. Hahaha. Bist du behindert? Hahaha. Hahaha. Wie soll die dich denn... Wie soll die dich denn... Wie soll die dich denn hören? Wie soll die dich denn hören? Alter, die... Die macht einfach... Ich hab einfach gedacht, die macht einfach einen Ton. Hahaha. Woher soll ich das denn wissen? Und jetzt... Du kannst sie doch einmal kurz mit Rechtsklick aktivieren, oder so. Was weiß ich. Ja, das hab ich doch gemacht die ganze Zeit. Mh, bestimmt. Fick dich. Hast du's ernsthaft geklaut? Ja, warum? Das kann doch funktionieren. Ja, aber wie sollst du den denn dann hören? Ja, vielleicht weil du Boxen an hast, du Lappen. Was weiß ich denn? Ja, wie jeden. Ist's dann ein Depp? Hahaha. Fick dich. Hahaha. Hahahaha. Ich wusste gar nicht, dass du ein Handy hast, du Lappen. Ja, weil ich dich damit nicht mal angerufen habe. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne. Ohne, dass jetzt die ganze Dummheit auf mich geht. Ja, Early Boy hat's doch auch geglaubt. Nein. Ich hab wunderbar gemusst, dass er ne scheiß App hat. Die gleich App auch? Ja, aber ich hatte ne scheiß App. Die gleich App doch. Dein Gesicht hat ne App. Hat Early Boy eine App? Nein. Ah scheiße, hier ist die Monsterfalle. Oh, jetzt hab ich mich da reingekraben. Aber ist es gelogen. Ist es jetzt an der Zeit, die Folge zu enden? Ah, okay. Ja, das war einmal gefleißen. Okay, also Leute, da sind wir am Ende der Folge angekommen. Diese Folge eigentlich relativ wenig geschafft. Also zumindest ich. Ich hab so viel geschafft, ne? Was hast du denn gemacht? Ich hab ganz viel Eisen gefarmt und Kuhle. An die Fresse. Ganz viele Eier. Ja, bei, ja. An meinem Hodensack. An meinem Hodensack. Hat's an der Eier an seinem Hodensack? Nothing. Nein, da ist nothing. Okay, also Leute, wir hoffen, dass es euch Spaß macht. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Jurassicraft. Und ja, nächstes Mal hoffentlich dann mit einer etwas optimistischen, optimistischen, optimistischeren Miesmosell. Miesmosell. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Hattest du mir dieses Spanische Akzent? Ich esse jetzt vielleicht ein Schweine-Schnitzel. Mach's gut. Schnitzel, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.